Ja, bei der Karrieremäße in Linz habe ich eben den Stand der AMAG besucht und habe dort gleich ein Gespräch führen dürfen mit dem Personalchef. Die hat mich dann gleich darauf eingeladen, dass ich direkt noch ans Hofen komme. An meine Bewerbungsgespräche einte mich sehr gut. Wir waren damals fünf Personen, die sich auf den Job beworben haben. Das Gespräch selber ist an der lockerer Atmosphäre geführt worden. Ich habe das geführt mit dem Produktionsmeister und mit dem damaligen Produktionsleiter. Es war ja so, ich habe Diplomarbeit hier geschrieben und dann nochmal ein Praktikum gemacht und dementsprechend hat sich dann auch relativ schnell herauskristallisiert, dass ich hier gerne anfangen wollen würde. Es war ein sehr offenes Gespräch. Generell kann ich aber auch empfehlen, dass es immer gut ist, dass man sich die Unternehmensgeschichte des entsprechenden Unternehmens vorher schon ansieht, dass man eben dann bei Fragen entsprechend reagieren kann. Was mir sehr gut gefallen hat, ich habe im Anschluss die Gelegenheit gehabt, dass ich meinen Produktionsbereich noch anschauen kann. Das heißt, der Produktionsmeister hat uns fünf durch den Bereich geführt und dann hat man sich natürlich ein gutes Bild machen können, volle Arbeitsbedingungen. Ich habe dann nur ein zweites Gespräch gehabt mit dem zukünftigen Vorgesetzten, mit dem Controllingleiter und bin an diesem Tag dann, das war zwei Tage später dann, bin ich bereits oder habe eine Jobzusage erhalten. Man kann auch nicht von jemandem, der studiert hat, erwarten, dass er hierher kommt und sofort alles kennt und alles versteht. Was für uns wichtig ist, sind die Basics und den Rest lernen wir dann über die Zeit.